Jo Leute, was geht? Willkommen zum Irgendwasn-Part, also zum Teil 2 von Wir daddeln am Handy, im Bus, Mielekraft und da ist ein Enderman. Ich habe einen Enderman entdeckt, der mich verfolgt, scheiße, scheiße, der Trotz, den der Enderman verfolgt, scheiße da, aus, ich bin tot, Leute, ich bin tot, aus, Rudi, 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 so spannend war es noch nie, ein Enderman hat mich verfolgt, ein Enderman, wieso habe ich den auch angefuckt, Leute, also lasst ein Abo da, wenn ihr es auch so kritisch immer habt, wenn ihr schlafen gehen wollt, ihr habt Zombies, ihr habt Endermaner, ihr habt einen Creeper, alles, ihr müsst einfach nur weg und ein Haus finden und ein Dorf finden und einfach alles finden, also lasst ein Like und ein Abo da. Hey, ich hoffe, der Ender verfolgt mich nicht mehr und ich habe gerade irgendwas Cooles bekommen, was ich noch nie in meinem ganzen Leben hatte. Ender, bist du weg? Ender ist, glaube ich, weg, egal. Für uns, Leute, ihr seht schon, ich habe einen Shader am Start, ich glaube, den hatte ich auch letztes Mal, weiß ich aber nicht sicher. Ähm. Ist das Ender jetzt weg? Glaube ich. Scheiße, wir können ja auch entspannen. Geh weg, Spider. Geh weg! Ich will doch einfach nur mal was abbauen und ich habe schon die Hälfte in meinem Leben verloren. Darf ich was essen? Darf ich auf Ehre was essen? Ich will doch nur was sabbern. Wenn man natürlich nicht sabbern. Spider sind mal weg. Das ist gut, Leute. Ich kann, glaube ich, nichts im Dingens sabbern. Okay. Egal. Wir schwimmen jetzt einfach herum und, äh, sehen uns wieder, wenn Tag ist, Leute. Der Tag ist immer besser. Deswegen, äh, stelle ich mich hier kurz hin und wir sehen uns wieder, wenn der Tag ist. Bis gleich. So, ich war zu faul, um zu warten. Deswegen mache ich jetzt schon weiter. Und ich darf mir was fragen. Weil ich nur noch sehr wenig leben habe. Deswegen gehe ich hier schön an den Rand und sabber mir was rein. Ham, jam, 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 jam. Ham, jam, 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 jam. Hat mir wenig gebracht. Und zwar nichts. Doch, jetzt. Ja, eine. Ah, ja. Noch mehr, Baby? Komm. Wieso verliere ich Energie? Okay, Leute. Jetzt wird's ein bisschen laut. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Ich weiß, es ist immer noch ziemlich laut. Aber, ähm, es wird besser. Und, ähm, eventuell hört ihr mich nicht so gut, dann mache ich das später ein bisschen lauter. Sorry, wenn's ein bisschen laut ist, äh, äh. Ich bin nicht gestorben. Nee, nee, nee. Ich schlug noch ganz normal. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich bin grad gar nicht gestorben. Woody, lass mich. Ich bin grad ein bisschen laut. Ich bin grad gar nicht mehr. Ich bin grad gar nicht mehr. Ich bin grad gar nicht mehr. in meine Kraft. Hallo? Nach oben. Alter, von unten. Schaut euch mal an. Und hier sieht es so richtig aus, das Westtag. Und jetzt? Einfach Nacht. Das sieht voll anders aus. Ich hoffe, es ist jemand? Nee, sehr gut. Ich hoffe, die Nacht ist gleich vorbei. Mit meinem leichen Shader. Der ist wirklich cool. Einigermaßen. Also ja, die Sonne da und der Himmel sieht auch wirklich so ganz cool aus. Auf jeden Fall. Scheiße. Okay, ich komme nach oben. Ich komme nach oben. Schön. Sehr gut, Leute. Dann gehen wir mal. Ich gehe die Raken hoch. Oh nee, wir nehmen den. Kann man an Bambus hochgehen? Nee. Nee. Komisch. So, jetzt. Gut, schnieg noch. Und es hilft zu mich. Haltet mir erst ein hartes Regierner. Schaltet ihn euch gerne an. Dann gehe ich gerne vorweg. Und... Rudi, wie kannst du noch da sein? Was ist jetzt? Rudi, es ist Tag. Siehst du keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht? Es ist Tag. Komm. Hä, warum bin ich getrunken? Zudem. Was? Mann, ey. Ich bin zu schlecht. Oh, da liegt das Rind, das wir im ersten Part die Kugelsfüßes haben. Ja. Da liegt das Rind einfach noch hier drin. Das ist das Lied. Loil. Oh. Wir können ja einfach mal, ähm... Jetzt irgendwo hin. So. Ich habe keine Ahnung, was zu machen, aber... Das Bambus-Biom wird so langsam auch ein bisschen langweilig. Deswegen... Hi. Können wir mal ein anderes Biom hinlegen, wie auch immer das klappen soll. Übrigens, Leute, falls ihr mal Fortnite sehen wollt, kommt eventuell sogar schon heute. Ähm, wenn es gibt App. Äh, ja. Eventuell kann das heute kommen. Ich weiß mir nicht sicher. Da hinten ist irgendwie sehr viel Stahl. Da hinten ist ein Glodin. Habe ich, ähm, noch nie im Überleben gefehlt, aber habe ich jetzt auch drauf. Ich bin unter Wasser. So. Ich weiß nicht, ob die einen angreifen. Wie viel kann man die nicht angreifen. Da sehe ich einen Tipp drauf. Man kann ihn nicht angreifen. Leute, man kann ihn nicht angreifen. Egal, dann gehen wir jetzt noch da vorne hin. Ähm, mal gucken, was da so abgeht. Ich sehe da, glaube ich, schon ranken. Da ist so aus wie Kohle irgendwie. Ein bisschen. Nur von der Farbe her. Passt das nicht ganz. Nein, meine Spitzhacke ist weg. Deswegen kann ich jetzt auch nicht, ähm, hier das Zeug abgauen. Egal, wir kommen da schon irgendwie anders hoch. Ich habe zwar keine Ahnung wie, was ist das? Oh, das ist ein Magna-Blick. Ach so, das sind die Effekte von Magna-Blick. Ah, da kommt der, glaube ich, hoch. Let's go. Zack, 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 zack. Okay, wir sind rum. Das ist immer mal hier. Hier ist Wevel. Mit etwas Glück bekommen wir Feuerzeug. Also ein Feuerstein, meinte ich. Es kommt da manchmal, glaube ich, raus. Ähm, ja, aber wir hatten nur Pelschen deswegen, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Und ciao.